What the... holy shit, Alter! Tschüss! Haha! So, der wäre auch schon mal tot, aber ich muss ja da hoch. Ich hab den jetzt ernsthaft runterfallen lassen. Wie auch immer ich das geschafft habe. Ah, naja, egal. So, da geht's ja nicht weiter. Das bedeutet, ich muss hier lang. Guck, guck! Ah, fliegenbleiben! Ah, fliegenbleiben! Was? Ich dachte schon, ich hätte jetzt was getraubt. Hab ich dir gesagt, du sollst aufstehen? Hallo! Ich hab dir gesagt, du sollst liegenbleiben! Du auch! Sag mal, ihr müsst doch nie alle hören, ne? So, zack! Zack! So, was wäre das? Brauch ich alles nicht! Oh, Junge! Ist das unser Vogel? Yo! Ohohoho! Kurze Hänger, lecker! Warte, was? Achso, es geht ja nur da lang. Oh, what the fuck, Alter! 11 FPS! Was ist denn hier kaputt? Achso! Ja, stimmt ja! Äh, okay! Ich hatte zwar gerade keine... Ja, komm ruhig her! Komm! Trau dich! Komm her! Nein! Den Finisher wollte ich mal lange machen! Endlich mal wieder Finisher, Alter! Hat auch lange genug gedauert, bis ich endlich mal wieder Finisher hatte! So, hier ist glaube ich... Ja! Genau! Hier ist die Münze! So, mehr war hier nicht! Leider! Ohioioi! Der war aber... Ein wenig sehr knapp! Liegenbleiben, hab ich gesagt! So! Hier ist... Ist auch noch was! Sehr schön! So! Ah, okay, ich verstehe! Ne, warte mal! Ging das nicht andersrum? Ging das nicht? So rum? Ach ne, Quatsch! Ach ne, Quatsch! Musste ich hier nicht was betätigen? Huh? 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 Oh oh! Ah! Hier gab's doch noch mal irgendwas, oder nicht? Ne, warte mal! Ich glaube, ich hab mich gerade komplett vertan! Ich musste doch hier hin, oder nicht? Ja, aber hier gab's... So! Jetzt haben wir's! Geht doch! So! Hab mich schon gewundert, wo es hier überhaupt lang geht! So! Nein, da ging's nicht lang! So! Jetzt muss ich aber gerade mal kurz den Greifarm ausrichten! So! Einmal! Und... Zweimal! Sehr schön! Da konnte man dann nämlich runtergehen! Das weiß ich noch! Nicht runter da! So! Endlich! Hier ging's auch runter! Und hier um der Ecke sind neue Sensen! Goldbringer! Haben wir zumindest die Goldbringer Sensen! Bringer sag ich schon! So! Wir können endlich weitergehen hier! Geht doch! So! Wollen wir mal weitergehen hier! Ähm... Ah! Stimmt! Kriegen wir das hier! Ja! Mal gucken! Schaff ich das! Jo! Schaff ich! Boat Walker! So! 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 Das würde ich mal jetzt überhaupt nicht! So! Einmal... Muss da oben grad mal eins hin! Und dann muss da eins hin! So! Perfekt! Und... Na endlich! Ähm... Ja! Ja! Ne! Ist klar! So! So! Komm schon! So! So! Der ist jetzt auch weg! Sehr schön! So! Jetzt freue ich nämlich einmal den... Greifarm! Was? Weil ich nämlich jetzt die Kiste da nämlich holen will! Yes! Sehr schön! So! Da ich... Da wahrscheinlich nämlich nicht wieder zurück kann! Ich müsste nämlich eigentlich da hinten hin! Tja! Ist jetzt... Ja! Ich kann sowieso wieder hier zurück! Von daher! Scheiß drauf! Ah! Hä? Wollte ich grad sagen! Und? Super! Wieder Nekroman-Dinger! Alter! Was will... Ich damit! Wollte auch gar nicht machen! Ah ne! Ich muss zurück! So! Dann wollen wir mal! So! Ich verstehe nur nicht warum ich die ganze Zeit Nekroman-Sache kriege... äh... Sachen bekomme... Obwohl ich... ...n euler... ...n euler... ...Todesboote bin! Ach cool! Wollte ich gleich wechseln! Ja! Du mich auch! Ich hab den nämlich auch lieb! Ganz tolle sogar! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ach, komm schon. So. Geht doch. Ah, da ist die Kiste. So, das brauche ich auch nicht. Ähm. Ach, komm schon. Ernsthaft? So, das ist einmal der Starke. Und da einmal der Schwache. Geht doch. So, kurz die Pistole wieder ausrüsten. Man weiß ja nie, was einen hier erwartet. Denn was jetzt kommt, mag ich sowieso nicht. Von daher. Guck, guck, Harpion. Ihr werdet jetzt executed. Ah, ja, genau. Genau. Ah, ja, komm schon. Ah, wenn sie nämlich im Dark Mode sind. Ja, komm her. Gibt doch. Ja, da musste ich gerade mal einen Heiltrank nehmen, weil das war dann doch ein bisschen viel. Ähm. Ist ja alles schön und gut und so. Aber. Na gut, ich müsste ja rein theoretisch eigentlich mal so eine Kugel von da außen. Warte, wann kann ich das von hier aus machen? Ne, von hier aus treffe ich das Ding noch gar nicht, oder? Ne, von da aus treffe ich das nicht. Das ist gerade eine richtig beschissene Position da, finde ich. Ich will auch eigentlich das da eigentlich noch machen. Von daher. Okay, erst mal den Facewalker. So. Gehen wir da erstmal durch, würde ich sagen. Ich würde erstmal sagen, dass ich mich derer entledige. Gehen wir da. Ja, geht da. Hätten wir die Kiste dann jetzt auf? Und wir kriegen wieder eine Rotze, Wetten. Jopp. Warum weiß ich das immer wieder? Loll, der Trank war gerade unsichtbar. So, jetzt brauche ich einmal das da. Sehr schön. Somit wäre das nun auch Geschichte. Das Ding ist jetzt nur, ich bräuchte wieder diese eine Kugel, die ich da hatte, damit ich das da freimachen kann. Wobei, ne, dahinten ist ja noch was. Stimmt ja. Naja, egal. Okay, wir gehen mal hier weiter. Beziehungsweise, ich werde mal hier saven. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.